Hallo Rudolf. Erstmal möchte ich erstmal alles schön grüßen. Ich bin jetzt bei meinem Freund. Hier sieht man die Autogrammkarte. Die besten Wohnheime, was es hier überhaupt gibt. Mit Schrägdächer und alles. Also ich bin einfach happy. Ich habe die ja angeguckt und saß noch nicht drin. Aber die sehen sehr schön aus. Früher gab es so Flachtag. Und er, ein richtiger Niederländer. Mit Charme. Ich war so positiv. Ich habe Kaffee gekriegt. Hier, schönen Kaffee. Also in Dermbach bin ich ja immer. Ich bin ja auch in Dermbach. Die großen Hallen. Ihr könnt uns auch besuchen. Ihr wart ja auch da schon gewesen. Und hier möchte ich wirklich diese Wohnheime präsentieren. Also du hast sehr schöne. Ich hätte nicht gedacht, dass du so schön hast. Hier muss man die kaufen. Weil die wirklich schön sind und bequem sind. Ich habe ja auch einen Freund. Der hat ja auch eins. Der ist jetzt nicht ganz so schön. Aber hier. Ich habe mich richtig verliebt in deinen Betrieb. Ja, dankeschön. Großen Kompliment. Ich muss die Hand da auch drauf geben. Ich wollte gerade Kaffee trinken, aber ich bin ja sehr schüchtern. Und seine Tochter, die tut gerade Filmen. Ich grüße erstmal alle. Und danke schön für alles andere. Dass sie mir in ein paar Tagen so viele eingeklickt haben. Bei Ihnen ja auch. Zehnmal mehr. Aber ich bin froh. Ich grüße auch alle anderen. Tschüss, der Peter. Ciao. Ciao. Ciao!